Hallo, ich bin die Chantal, bin 16, sehe gut aus, bin Single und bin auf der Suche nach einem Job. Hallo, ich bin Achmed aus Stuttgart. Ich bin 18, weißt du Alter, ich habe Auto klar gemacht. Können wir gehen mit Auto zur Magdeburg-Messe für einen Job und so? Hallo, ich bin Achmed, hast du einen Job für mich? Guten Tag, Achmed, da habe ich was für Sie. Ich auch, ich will auch einen haben. Kommt nächste Woche an die BBS Auslandsleben und ich zeige euch alles vor Ort. Hier noch ein Flyer für euch. Korrekt, ne? Check es ab. Ja, das ist ein toller Vorschlag, ich freue mich drauf.